Als man mir sagte, ich hätte Krebs, dachte ich, mein Leben sei vorbei. Aber dann merkte ich, dass es da viele Menschen gibt, die mich unterstützen und für mich da sind. Und das gab mir die Kraft, Mut zu fassen und Zuversicht zu finden. In schweren Zeiten ist gute Unterstützung wichtig. Deshalb unterstützen wir die Krebsberatung im Westmünsterland.